ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video heute geht es um die biografie zu stan und ollie oder wie wir sie kannten dick und doof und hier direkt mal eingeworfen wenn ich über die alten filme von stan und ollie rede werde ich sehr wahrscheinlich dick und doof sagen das liegt daran dass mir die in der kindheit so drinnen geblieben sind ich kann sie halt als kind nur unter dick und doof und deswegen werde ich hier auch dick und doof dann sagen wenn es um die alten filme geht aber in ihrer biografie stan und ollie werde ich natürlich dann auch stan und ollie sagen aber kommen wir zum film bevor wir jetzt noch länger darüber rum reden stan und ollie erzählt die hintergrundgeschichte also das was hinter den kameras passiert ist zu dick und doof beziehungsweise stan und ollie und wie das ganze angefangen hat dass sie groß waren dann pause hatten und wie das alles eigentlich nicht immer wieder zu großen oder auch eher mäßigen filmen kam und ja sehr viel humor also gerade auf schwarzen humor gesetzt oder die klassischen gags sind hier sehr stark vertreten aber auch nicht zu viel wie ich finde also es wird sehr viel fokus auf die story gelegt und nicht zu viel auf den witz der ja stan und ollie groß gemacht hat und der auch dafür gesorgt hat dass im endeffekt die filme so oft geschaut worden nein man hat sich hier mehr darauf konzentriert den witz gezielt einzusetzen aber dafür auch die story gut also die hintergrundgeschichte gut zu platzieren so dass sich alles irgendwie gut vermischt nicht an allen stellen aber an den meisten und ich muss wirklich sagen es fiel mir am anfang schwer steve kogan als stan zu identifizieren also mit dem charakter an sich so klar zu kommen und ihn als stan zu sehen wie ich halt doof damals gesehen habe aber ich muss auch sagen es ist ungefähr auf den grad von vielleicht ein bisschen besser wie bei bohemian rhapsody mit freddie mercury aber mit ein bisschen nostalgie faktor ich meine wenn man die alten filme soweit alle gesehen hat ich weiß nicht ob ich wirklich alle gesehen habe oder ob ich vielleicht einige vergessen habe aber ich kenne sehr viele der dick und doof filme und dann kam dieser nostalgie faktor in manchen der sketchen und man hat in seinem kopf revue passieren lassen man hat die szene wieder abgerufen und das war irgendwo schön irgendwo ein bisschen hat es mein herz erwärmt und dann war der film unglaublich super also desto länger das ging mit den sketchen und erinnerte man sich an den ein sketch und an den anderen schönen sketch und dann dachte man ach ja ist das schön und dann ließ man so ein bisschen die sehle baumeln und dann war der film perfekt also der film hat mich am ende doch sehr mitgezogen und dann kommt dieses unglaublich schöne schöne ende was ja ich war dem wasser an dem tag doch näher als mir lieb war und ich muss sagen es war schön noch mal die beiden zu sehen noch mal ein bisschen darüber lachen zu können und für einmal gucken ist der ganz nett auch für eine dvd sammlung einfach wenn man die stan und ollie filme liebt die dick und doof filme dann ist er auf jeden fall ein muss gehört dazu und wenn man den dann auspackt einen schönen filmabend mit freunden oder so wenn man noch mal ein bisschen revue passieren lassen will dann kommt er ganz gut würde ich sagen ja also schaut ihn euch an kauft ihn auf dvd oder blu ray genießt diesen film mit ein bisschen charme von früher bei stan und ollie damit bin ich raus kommentiert like teilt ihr kennt das ganze bis zum nächsten mal euer open beta ciao